Nach einer bitteren Niederlage teilte Trainer Gerardo Seouane seine Eindrücke von der Leistung von Borussia Mönchengladbach. Obwohl das Endergebnis enttäuschend war, hob Seouane die positiven Aspekte hervor, die während des Spiels und in der gesamten Saisonvorbereitung zum Vorschein kamen. Für den Trainer wird der Weg zum Erfolg geebnet, auch wenn die Bilanz noch nicht die gesamte geleistete Arbeit widerspiegelt. Seouane verbarg seine Frustration über die Niederlage nicht, betonte jedoch die entscheidende Rolle der Fans. Die Fans und die Unterstützung auf der Tribüne waren unglaublich, sagte der Trainer und betonte, wie sehr die Energie der Fans die Mannschaft während des Spiels beflügelte. Für ihn war es ein mitreißendes Spiel voller hochintensiver Momente, das den Geist von Borussia Mönchengladbach widerspiegelte. Auf dem Feld sah der Trainer Fortschritte. Seit Beginn des Sommers arbeitet das Team hart daran, vergangene Fehler zu korrigieren und sich in allen Aspekten zu verbessern. Fußballerisch haben wir im Sommer viel erreicht und Fortschritte gemacht, kommentierte Seouane. Er glaubt, dass die Mannschaft einen raffinierteren und strukturierteren Fußball gezeigt hat, eine Entwicklung im Vergleich zur vorherigen Saison. Der Mangel an gewonnenen Punkten ist jedoch immer noch eine harte Realität, der sich das Team stellen muss. Einer der Höhepunkte, den Seouane nannte, war die schnelle Integration neuer Spieler. Der Trainer lobte, wie sich die Neulinge an die Spielweise der Gladbacher angepasst und den Kontakt zu ihren Mitspielern aufgebaut hätten. Die neuen Spieler sind bereits sehr gut integriert, betonte Seouane und signalierte, dass dieser Zusammenhalt für die Zukunft des Teams von entscheidender Bedeutung sei. Er erwähnte auch den Teamgeist, der die Besetzung angesteckt hat. Für Seouane ist diese Synergie zwischen den Spielern ein Faktor, der Borussia Mönchengladbach zu neuen Höhen führen kann. Wenn Spieler vereint und motiviert sind, spiegelt sich dies in ihrer Leistung auf dem Spielfeld wieder. Und wie sehen die Fans diese Entwicklung? Glauben sie, dass Borussia Mönchengladbach unter Gerardo Seouane auf dem richtigen Weg ist? Wie beurteilen sie die bisherige Leistung der Mannschaft? Hinterlassen sie ihre Meinung in den Kommentaren. Wir wollen wissen, was sie für den Rest der Saison von Gladbach erwarten.